Hi Leute! Willkommen zu einem neuen Video. Ja, wieso haben wir es nun 23.37 Uhr? Stand 8.08.2022. Ich habe mir hier gerade mit einem Kumpel irgendwie alte Videos von mir angeguckt. Die finde ich peinlich. Aber irgendwie hatte ich Bock, doch mal wieder eins zu machen. Deshalb gibt es mal einen kleinen Stand. Nein. Alles gut. Wie so der Stand der Dinge ist. Klein einfach mal so. In 5 Tagen habe ich Geburtstag, aber egal. Hier hat sich nicht viel verändert. Ja, ich weiß. Das Video ist immer noch langweilig. Und ja. Das ist mein Zimmer. Das ist mein PC. Und ja, das ist die Tafel, die sehr langweilig ist. Und ja. Ich würde sagen, vielleicht mache ich nochmal nach meinem Geburtstag ein Video. Aber ich mache das echt nur, wenn ich Bock habe. Und irgendwie habe ich nicht so Bock drauf auf YouTube und so. Verzeiht mir, wenn nicht so viele Videos kommen. Aber ich finde mich eigentlich eh langweilig. Na gut. Tschüssi! Okay.